Herzlich Willkommen! Ich bin Oliver Ehreni, Astrologe, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich habe heute auf Community Wunsch ein Video vorbereitet, wo es um die Zukunft Österreichs geht. Und wir befinden uns ja gerade in einem riesen Wandel und viele Klienten und ich habe auch viele Anfragen aus der Community erhalten, die sich dieses Video wünschen und deshalb möchte ich eben kurz mal auf die Zukunft Österreichs aus astrologischer Sicht eingehen. Ich möchte vorausschicken, Prognosen gehen oft in die Hosen, aber man kann astrologisch schon gewisse Tendenzen herleiten und das soll dich jetzt auch auf gar keinen Fall verunsichern. Also das, was ich jetzt sage, was ich jetzt interpretiere, bitte, das ist jetzt nicht dazu gedacht, dass das jetzt Angst macht oder irgendwie Panik macht, sondern das sind gewisse Tendenzen. Wie stark die gelebt werden, wie sich die dann letzten Endes manifestieren, das ist natürlich eine Interpretationsfrage und wie gesagt, das ist jetzt meine Interpretation des Horoskops und ich habe jetzt keine Glaskugel und ich kann auch nicht sagen, ja so wird es wirklich, aber es sind sehr klare astrologische Tendenzen und auch sehr spannende Umbrüche in der Gesellschaft, in unserer Vorstellung von Hab und Gut zu deuten und deshalb möchte ich darauf eingehen. Zuerst einmal zu der Basis. Wie kann man ein Horoskop von einem Land eigentlich machen? Da gibt es mehrere Methoden. Ich beziehe mich jetzt einfach einmal auf das Horoskop des Staatsvertrags von 1955 und da schauen wir uns jetzt einfach einmal dieses Gründungshoroskop Österreichs an, wie so ein Geburtshoroskop und dann gehe ich gleich auf die Tendenzen ein. Also zuerst einmal ist es wichtig herauszulesen und zu finden, dass Österreich eigentlich vom Sonnenzeichen her ein Stierland ist. Stier, da geht es ja sehr stark um Erde, um Materielles, um Hab und Gut und es ist natürlich jetzt eine Phase, vielleicht hast du das schon gehört, Wassermannzeitalter, das ist ja so ein Luftzeitalter und im Luftzeitalter tun sich Erdzeichen natürlich ein bisschen schwerer, weil es da sehr viel um Information, um schnellen Wechsel geht, um Flexibilität, um Agilität und da haben es die Erdzeichen schwerer und der Stier ist natürlich mit seinem, ja das ist meine Grünze, das ist mein Gartel, da bin ich zu Hause und das ist mein Hab und Gut und das sind meine vier Wände, da tut sich der Stier natürlich generell in so einer Zeit relativ schwer, einfach weil es darum geht, okay wie schnell kann ich mich denn ändern, wie flexibel bin ich denn. Also Österreich ist laut diesem Staatsvertrag, der am 15.05.1955 unterzeichnet wurde oder aktiv wurde eigentlich, ist ein Stierland und wie gesagt, wir haben da eine Erdtendenz, es geht darum, beim Stier geht es darum, Selbstsättigung, die Grenzen aufrecht zu erhalten, also einfach schauen, auch in der Gemeinschaft, der Sparverein etwas anzulegen, eine Wertschöpfungsgesellschaft zu schaffen und das ist da sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig haben wir auch sehr viele Planeten da so im Zwilling stehen, das ist so dieser gelbe Zweier, da unten haben wir den Merkur im Zwilling stehen und auch den Mars im Zwilling stehen, was eigentlich eine hohe Sprachbegabung, hohe Intellektkräfte würde das, also hohe Intellektualität würde das hindeuten und auch den Mars, wo es eigentlich darum geht, okay, irgendwo so ein bisschen auch so ein bisschen Fortschritt zu machen, einfach sich zu bewegen, also das wäre da definitiv das Thema, wo eben eine gewisse Agilität reinkommt, dass diesen Stier, diese Erdschwere ein bisschen hebt, das heißt Zwilling ist ein Luftzeichen, da haben wir schon einige Lufttalente dabei. Es geht natürlich auch, wenn man weiterschaut vom Zwilling in dieses Krebszeichen, das ist so diese blaue 69, so am Stirm unten, da haben wir den Uranus und den Jupiter in einer Konjunktion stehen und das ist natürlich auch dieses, dieses Daheim fühle ich mich wohl, auch daheim finde ich einen Sinn, daheim expandiere ich auch, also das ist so das Heim, das ist so dieses, dieses, wie wohne ich, das Heim und das ist da auch für den Österreicher sehr, sehr wichtig oder für Österreich als Horoskop. So, das ist ja mal so grundlegend umrissen, was ist, was ist da, was wir da drinnen haben, wir haben gewisse Vorstellungen, gewisse traditionelle Werte, die aufrechterhalten werden wollen, das ist über Saturn in Skorpion, der da oben steht, also das haben wir, wir haben auch ein großes Harmoniebedürfnis, wo wir dann auch ein bisschen vielleicht dazu neigen, etwas zu beschönigend zu sein, also mit dem Neptun in der Waage und wir haben natürlich auch eine gewisse Zähigkeit und auch eine gewisse Einschränkung generell auch, also wo es um unsere Lebenskraft geht, Macht on Macht, das ist so ein Thema, das ist da im Österreich-Horoskop drinnen, über den Pluto im Löwen. So, und jetzt schauen wir uns einfach einmal an, was denn so aktuell auf Österreich zukommt und was das auch für die Zukunft Österreichs bedeutet und da ist es jetzt dann, da ist es jetzt halt spannend und da wird es auch interessant, denn wir sehen jetzt, ich weiß, also wenn, lass dich nicht verwirren von der Grafik, also ich sage es einfach mal, was so das Wesentliche ist und was die wichtigen Themen sind, die da auf uns zukommen. In Österreich und ich müsste mir jetzt Deutschland und EU generell auch anschauen, mache ich mal vielleicht ein Video, wenn es dich interessiert, schreib es mir in die Kommentare, dann mache ich auch gerne was über die EU mal. Aber das Spannende bei der Geschichte ist, auf jeden Fall, wir haben den Pluto, der steht da oben in Steinbock und ich habe über Pluto in Steinbock schon gesprochen, ich habe das auch immer wieder so ein bisschen die Schändung des Rechtssystems, die Transformation des Rechtssystems auch genannt und dieser Pluto in Steinbock ist genau in der Opposition zu diesem Krebsthema, was ich vorher gesagt habe, nämlich zu Uranus und Jupiter. Also das ist dieses Hab und Gut. Und wie lebe ich, also welche Vorstellung habe ich von meinem Heim? Und da fordert Pluto eindeutig drauf, das wird sich ändern, das wird sich wandeln. Und zwar ist das so, wirklich so ein bisschen der Sturz vom Thron, kann man das nennen. Das heißt, das Hab und Gut, so wie wir das definieren, diesen Platz, diesen Raum, den wir haben, da wird eine neue Art des Zusammenlebens geschaffen. Das kann man sich vorstellen, das könnte in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, mehr wieder in die Kommunen, mehr in WG-Richtungen gehen, nicht so viel Platz für andere. Oder auch, und das ist auch ein Aspekt mit Uranus, Jupiter, das kann natürlich auch sein, dass sich da etwas durch eine Zuwanderung ändert, dass man da auch eine Durchmischung der Völker erlebt. Aber auf jeden Fall wird Österreich dazu aufgefordert sein, diesen Wohnraum, die Art, wie wir wohnen, definieren, dass diese Art einfach verändert wird. Das wird einfach ein Wechsel sein, eine Transformation. Das kann natürlich auch der Wegfall von Hab und Gut sein. Da brauchen wir jetzt bitte keine Angst haben. Aber da wird sich etwas ändern. Also da wird in die Zukunft, da werden ja Schienen in die Zukunft gelegt. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das passiert jetzt gleich morgen. Aber das sind solche Themen, dass man sagt, vielleicht wird der Wohnraum kleiner, vielleicht leben mehr Leute zusammen, die auch Wahlverwandtschaften sind. Also wo nicht mal, wo man sagt, das ist jetzt die Verwandtschaft und das ist nur die Familie, sondern wo mehr Leute sich einfach durchmischen. Und natürlich auch eben unter dem Aspekt mit Jupiter, Uranus, das kann natürlich auch eine gewisse Völker-Durchmischung und eine Bewegung sein. Noch einmal, ich sehe das überhaupt nicht negativ, aber da haben wir eine wesentliche Änderung im Heim und damit auch ein bisschen im Hab und Gut. In der alten Astrologie war ja der Krebs so dieses Hab und Gut. Und auch da haben wir Wandeltransformation drinnen. Und das kann natürlich auch sein, dass sich da vom Geldsystem, vom Wertesystem auch mal was wandelt. Komme ich dann nachher noch dazu. Ja, also das ist einmal ein ganz wesentlicher Punkt. Was auch spannend ist, eben wir haben ja den Uranus im Stier. Der ist ja generell, der ist da drinnen und wir sind ja eine Stier-Sonne. Das heißt, das ist ja sowieso der Wandel der Werte, der Wandel der Gesellschaft und den trifft Österreich wirklich auch im Lebensstil, im Ausdruck. Also wie leben wir? Wie entscheiden wir uns weiterzuleben? Also da haben wir definitiv diesen Wandel drinnen und auch diese uranische Qualität mit dabei. Was auch reinkommt, ist der Aufruf eigentlich, und das ist jetzt mehr ein gedanklicher Aufruf, also raus aus diesen alten Normen, diesen Wertesystemen, aussteigen und diese zu wandeln. Was heißt das jetzt? Also dieses traditionalistische, so wie man es gewohnt war, so wie es immer schon war, das wird es nicht mehr spielen. Da kommt einfach eine großartige, also eine großartige weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Änderung und da sind wir aufgerufen dazu, einfach diese Änderung auch zu akzeptieren und uns nicht mehr auf diese alten Werte zu stützen. Der Saturn im Wassermann transformiert auch einfach unsere Wertvorstellungen und unsere Machtvorstellungen und der wandelt da was, der bringt da eine gewisse Nüchternheit mit rein und der wird uns auch dann zeigen, letzten Endes, also dass diese Werte, dass man auch anders leben kann. Was auch Spannendes, und das ist interessant, diese ganze Transformation, die geht vonstatten unter dem Neptun-Einfluss, der Neptun steht jetzt im Fische und der zielt genau auf den Mars hin bei uns und das ist eben so dieses, was will ich? Also das heißt, die Frage ist, was will das Individuum, also was will ich als Einzelperson, ist nicht mehr so wesentlich. Das wird ein bisschen abgedämpft, dieses Ich-Will soll nicht so viel zählen und wird auch nicht so viel zählen. Das heißt, so diese egoistischen, durchsetzungsstarken Sachen werden weniger wert, wird auch weniger gelebt werden und es geht eigentlich darum, das mehr in einer Gemeinschaft zu leben. Das heißt, so dieses Individuum, ich will das, das wird schwierig werden. Also da werden wir immer so das Miteinbeziehen, auch das Außen Miteinbeziehen. Das kann auch sein, dass darin, in diesem Neptun-Mars, auch ein gewisses Einlullungs- und Täuschungspotenzial drinnen ist, dass es eben heißt, vielleicht von der Obrigkeit, von der Politik, alles ist gut, kein Problem, mach dir keine Sorgen und diese Änderungen werden dann, wenn sie kommen, sehr plötzlich kommen. Also das ist nichts, was sich da jetzt großartig anbahnt, sondern das wird eigentlich sehr überraschend und sehr schnell dann gehen, wenn gewisse, vielleicht gewisse Wertesysteme sich ändern. Das kann sich in einer Steuerreform auswirken, das kann sich in einem Zugriff womöglich auch auf Sparguthaben oder so auswirken oder dass vielleicht wirklich auch der Lebensraum mit den lebenden Personen irgendwie in Verhältnis gebracht wird. Also das könnte ich mir da durchaus vorstellen, das wären solche Konzepte, die dem Wassermann durchaus entsprechen. Und es ist wie gesagt, es ist eine große Umwälzung drinnen. Und nach diesen Horoskopen, also wenn sich das so umsetzt auch, dann werden wir erleben, wird letzten Endes nichts mehr wirklich so sein, wie es war. Also wir werden da in eine völlig neue Art des Zusammenlebens und eine Art der Gesellschaftsform reinkommen. Und was heute auch spannend ist, wir haben ja doppelt diesen Jupiter-Pluto-Aspekt drinnen. Wir haben einmal Pluto vom Steinbock, der auf Österreichs, wie soll ich sagen, auf Österreichs Geburts- und Anführungszeichen, also Staatsvertrags-Jupiter drauf strahlt. Und dann haben wir aber auch gleichzeitig den Jupiter, den transistierenden Jupiter im Wassermann, der auf unseren Pluto im Löwen hin strahlt. Und das ist eben noch einmal dieser Wandel der Werte. Und das muss jetzt nichts Negatives sein. Und ich glaube auch wirklich, dass dieser Wandel, dieser Wertewandel auch viel mit dem Ausland zu tun hat. Das kann natürlich was sein, was EU-mäßig gemeint ist, aber das kann auch sein, dass sich wirklich noch einmal eine Durchmischung des Volkes ein bisschen stattfindet, auch durch eine Völkerbewegung. Und dieser Wandel findet aber statt. Also der Jupiter auf unserem Pluto im Löwen, das ist ja auch unsere, so sind wir, das ist unsere Grenze, das ist unsere, also Grenze ist jetzt das falsche Wort für den Pluto, das ist unsere Vorstellung, so geht es weiter, das ist unser Erbe, das wird, denke ich, durchmischt und verändert sich. Also dieses Horoskop vom Staatsvertrag von Österreich aus gesehen, deutet auf einen enormen Wandel hin, einen Wandel der Werte, einen gesellschaftlichen Wandel. Und das heißt, wir werden eine Veränderung haben. Das kann alles auch in diesem Wassermann färbenden Ding in so ein bisschen so eine, ja eher in fast so eine Gleichheit reinkommen. Ich möchte jetzt nicht Kommunismus sagen, weil das so negativ behaftet ist, aber eher wirklich sowas, wo man sagt, okay, da zählt so das Individuum nicht mehr so viel, wie die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Wie man reagieren kann, wie kannst du da jetzt persönlich darauf reagieren, weil das ist ja das Spannende. Wichtig wäre, und das ist für mich so diese, eigentlich so die Essenz aus diesem Horoskop raus, wichtig wäre, sich mit diesen Jupiter-Themen zu beschäftigen. Das heißt, finde einen tieferen Sinn, finde einen tieferen Wert in dir drinnen, weg vom äußeren Wert in eine tiefere, in einen tieferen Sinn, in eine tiefere Sinnhaftigkeit. Das ist natürlich, mit Jupiter kann man da sagen, das ist natürlich so ein bisschen die Religiosität kann das sein. Das kann ein bisschen die Spiritualität sein. Das kann allerdings auch wirklich so ein Wert, sein Ideal sein, dass man sagt, wie, ja, Schütze wäre auch so, oder Jupiter wäre auch so Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also, da geht es wirklich darum, innerlich diese Sicherheit, innerlich diesen Wert zu haben. Also, nicht das Haus auf Sand zu bauen, nicht das Äußere, das wird sich extrem wandeln. Und wenn du deine Sicherheit unter Anführungszeichen nur von deinen vier Wänden, von deinem Bankkonto her leitest, dass du sagst, deshalb bin ich stabil, weil ich all diese materielle Sicherheit habe, dann wird es eng werden. Also, schau, dass du mir nach innen schaust. Und das wäre auch eigentlich so die Aufgabe. Das wäre die große Aufgabe, da einen neuen Sinn, einen tieferen Sinn zu entwickeln, was wir auch schon im Horoskop Österreichs drinnen haben. Also, da geht es eigentlich darum, dass man einen Sinn entwickeln soll, jenseits vom Materiellen her. Ja, das wäre mal so meine Interpretation, meine Prognose von Österreich her. Das ist jetzt so, das sind die Transite von heuer, die auf Österreich, auf dieses Geburtshoroskop Österreichs einwirken. und meines Erachtens nach setzen diese Prozesse ganz viel in Gang. Und das wird jetzt auch langfristig noch laufen, aber so geht es für mich einmal in eine völlig neue Richtung. Das heißt, unser Wertedenken, unser Denken von, ja, auch, wo bin ich zu Hause, Heimat, das wird sich ändern, das wird sich ändern müssen. Und sonst werden wir einfach einen enormen Angstdruck, einen enormen Werte, also Verlustangst auch spüren. Die ist aber nicht notwendig. Letzten Endes, ich bin ja grundsätzlich Optimist und ich finde das jetzt nicht so schlimm, schlimm. Es ist halt anders. Und jetzt muss halt jeder, und ich weiß, wir sind in einem Stierland und sagen, ja, das ist gut, am Sonntag gibt es den Schweinsbraten und dann passt alles. Und dann sitze ich in meinem Garten und da ist mein Zaun und das gehört mir. Ich befürchte, mit nur so einer Mentalität wird es schwierig werden in nächster Zeit. Und ich will da jetzt auch nicht ins Hippiehorn schlagen und sagen, Halleluja, das ist jetzt alles so toll. Es geht nur darum, dass man sich diesen Wandel bewusst macht. Und dass jegliche Sicherheit, die man versucht, im Materiellen jetzt zu erlangen und da besonders geschickt zu sein, glaube ich, das geht so schnell mit dem Wandel, das sind andere Werte, da kommen andere Werte auf uns zu. Ja, wie gesagt, das wäre so meine Prognose für die Zukunft Österreichs. Das ist eine große Veränderung, eine große Wandlung, die uns jetzt dann bevorsteht, die nächsten Jahre, vielleicht auch über die nächsten Jahrzehnte. Es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit und es ist eine Zeit, die garantiert mal in den Geschichtsbüchern stehen wird. Und jetzt nicht nur wegen dieser ganzen Pandemie-Geschichte, sondern da wandelt sich wirklich die Welt und das ist eine spannende Zeit, in der wir da leben können und leben dürfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, teils einfach. Wenn du Interesse hast an solchen Prognosen, wie geht was weiter, gerne auch mit EU oder, keine Ahnung, Deutschland, wenn dich da was interessiert, einfach reinschreiben in die Kommentare und ich mache gerne mal ein Video drüber. Ich bin Oliver Erini, Astrologe, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017